sinnvolle beiträge stenographenverein haltern lieber winfried wie wäre es wenn wir ein paar eigene stenogramme als youtube videos austauschen würden zum beispiel diesen text in verkehrs allredeschrift oder eigenem praxis stil dank video kann jeder alles verstehen und dann in einem steno video antworten mit eigenen kürzungen so können wir alle mit und voneinander lernen friedema ps veröffentlicht in facebook auf der gruppen seite des vereins geschrieben auf einem galaxy note 10.1 mit druck sensitiven stift bleistift und papier tut es auch das ganze braucht nur mit einer cam abgefilmt und nach youtube hochgeladen werden punkt